Willkommen liebe Leute zu einem weiteren Trophy Tip bei Elder Scrolls Online diesmal Meisterfischer da werde ich euch noch ein paar seiten zeigen die ganzen seiten sind natürlich unten drin in der video beschreibung da sind die links drin zu den seiten die ich euch da jetzt hier vorstelle die ich hier benutzt habe um das ganze ding hier hinzubekommen klar natürlich punkt nummer eins ihr braucht zeit und geduld weil ihr braucht locker 120 stunden nur mit fischen circa plus minus eher plus 50 stunden bis ihr alle fische bekommt weil manche fische hier braucht ihr auch für ein fisch genauso lange wie teilweise für eine andere komplette region aber ja es ist definitiv möglich was sie jetzt hier acht acht habe ich das ganze ding geanloggt hier ihr braucht natürlich hier nicht nur das komplette bündnis also sprich almerie pakt also ihr durchsturzbündnis almerie pakt und dominien sondern ihr müsst auch in zyrodyl komplett durchangeln in kalthafen komplett durchangeln und die jeweiligen drei startgebiete von den drei fraktionen da gibt es auch jeweils nur ein fisch das ist relativ zügig gemacht aber halt ja so will die ja dazu bis jetzt hier die kalthafen und durchsturz beziehungsweise ebenherz beziehungsweise almerie auch noch komplett durchangeln man sieht es auch hier überall na bei bündnis zum beispiel das dauert das ganze bisschen hier aber es geht so jetzt mal kurz zu den seiten hier um das hier alle im vorfeld machen wir das was anderes ihr benötigt ja hier zum angeln ganz klar köder so ich in meinem fall habe alle köder gekauft weil wenn ihr auf die trophäen aus seid gehe ich jetzt mal stark davon aus dass ihr platin haben wollt oder ähnliches beziehungsweise 100 prozent oder 1000 gamerscore whatever dass ihr hier dementsprechend hier die gebiete auch noch durch questet was ich euch vorher vorschlagen würde questet auch soweit durch dass ihr dementsprechend auch genügend kohle habt weil ihr braucht circa 5000 köder von jeder köder art und 200 köder kosten roundabout zwischen 5000 bis 8000 gold kann man sehr hoch rechnen von 200 auf 5000 das wäre dann in dem fall mal 40 das heißt 40 mal 5 das heißt 200.000 pro köder art an gold da es ja nun mal hier dann vier verschiedene köder gibt könnt ihr das ausrechnen braucht knapp eine million wenn ihr das ganze alles kauft ich mein fall war das selber doch ein bisschen faul und habe ja das gold hier über mmo gas ursprünglich geholt das geht damit weil die auch knapp 20 euro sind eine halbe million gold das ganze funktioniert der linke ist in dem fall auch noch mit unten drin was das genauso machen wollte natürlich klar könnte das sonst auch alternativ farmen aber das ist halt ja noch mehr zeitaufwendiger wie das angeln an sich so ist so gerade jetzt was hier das kaufen betrifft hier bin ich ja zum beispiel hier in grün schatten man sieht es hier eldenwurz ist ja hier die hauptstadt da steht zwischen gildenhändler um natürlich klar in anderen städten et cetera pipapo auch aber nur mal kurz um das zu demonstrieren ihr werdet irgendeinen gildenhändler aus geht hier unter kategorie auch sonstiges also sprich ganz da unten dann ist automatisch hier schon köder drin weil so viel gibt es hier eh nicht na das heißt köder und dann mit vier einfach auf suchen gehen hier seht es schon 200 krabler kosten 5000 gold bei diesen hier und 200 was haben wir noch insekten stücke 10.000 gold das würde ich nicht kaufen das ist zu teuer aber halt das ist ja nur der erste händler gibt ja noch ein paar andere hier die man durchklappern könntet man soll es halt nur so grob im kopf behalten hier hat ja gar keine köder was hier so die einzelnen händler dementsprechend verlangen da 200 krabler 3000 na das in dem fall bin selber ich jetzt in meinem fall die das ganze dinge hier verkaufen ja fischrohung ist auch eine art von köder 22.000 lohnt sich auf jeden fall nicht das ist viel zu viel also mehr wie 8000 würde ich garantiert nicht ausgeben für hier köder ja ja 2600 stücke 4400 klingt auf jeden fall sinnvoller wie 10.000 gerade eben na wir haben wir hier 8700 das geht auch noch in reihen ja das müsst ihr dann selber wissen mit 10.000 aber das sind auf jeden fall diese kühlarten die er benötigt in der reihen würmer insekten stücke und krabbler jeweils ungefähr 5000 stück pro sorte da davon bis ihr ungefähr alle fische habt kommt natürlich auch auf euer glück drauf an weil alles ist nur random da kann man nichts beeinflussen keine tränke oder was ähnliches das bringt rein gar nichts was ich selber ausprobiert habe ist zu zweit oder zu dritt zu angeln weil es ja anscheinend dann hier diese drop rate wie man die diese seltenen fische rauszieht steigern sollte ich habe das aber in dem fall nicht gemerkt also ich war effektiver als ich alleine unterwegs war keine ahnung also ich weiß hier inwieweit das hoch post aber gefühlt kam es sich rüber das war sogar eher nerviger mit anderen zu angeln weil natürlich dann hier anstatt zehn mal angeln für mich selber dann wenn ein zweiter dabei wäre nur fünf mal angeln weil er halt auch fünf mal die angel reinschweißt und so weiter natürlich umso mehr leute bis maximal vier übrigens geht das ganze dass es hier hoch gepusht werden soll anscheinend wie gesagt aber ich finde es dort sicher gar nicht da schweiß ich lieber zehn mal die angel rein anstatt nur fünf mal weil ich habe da keinen unterschied gemerkt hier dass da die drop rate gestiegen ist eher das gegenteil eigentlich ich war dann eher frustrierter dass ich ja ständig neue fischgründe suchen musste um dementsprechend hier wieder weiter zu angeln also ich war da lieber wie gesagt allein unterwegs so sowohl zu den ködern jetzt gehen wir mal zu der seite ja die ich da meinte er mal kurz war ja das ding ja an so ja mal das ganze teil hier ist natürlich jetzt hier eine seite hier mit drin wo ich das ganze hier dementsprechend geholt habe man sieht ja was ich hier da offen habe hier diesen eso guide hier oben kann man das einstellen hier die maps generell almeri daggerfall also hier deutschsturz beziehungsweise im herz packt oder neutral hier unter neutral ist zum Beispiel gerade sowas wie kalthafen na das ist hier drin da müsst ihr angeln das ist auch das einzige hier unter neutral wo ihr angeln müsst hier kalthafen na wie man das sieht hier sind überall hier diese fischgründe markiert wie man eins zu eins hier dementsprechend ablaufen könnte mit dem faulgewässer hier also trüb auf deutsch mit den jeweiligen fischen hier diese blauen hier sind die seltenen und das hier sind die ja mehr oder weniger eher nicht seltenen aber trotzdem ja auch nicht so einfach zu fangen diese ganze dinger ist ja ja selten und ungewöhnlich aber ja ja diese zwölf bisher kalthafen angeln und sonst natürlich hier bei den via ups bei den fishing maps wo haben wir das ganze hier dann noch ja natürlich ganz klar auch das habe ich jetzt vergessen ja unter neutral das ganze natürlich auch zyrodyl das pvp gebiet müsste dementsprechend auch durch questen beziehungsweise nicht durch questen durch angeln so rum na diese ganzen fische hier in diesem fall hier mit hier wieder trübgewässer see meer beziehungsweise ozeane oder halt fluss dementsprechend da durcheiern genauso hier almeri dominieren da habe ich halt diese karten hier benutzt wie gesagt um das ganze da zu angeln auch wieder ein gradweil wo ich jetzt gerade momentan rumstehe hier grünschatten und so weiter na also hier das bisschen englischer die meisten begriffe wie das hier ist ja eh 1 zu 1 ist gleich auf deutsch na gibt auch spätes bei der übersicht hier im sinn wie die karte halt aussieht das wäre schlittermark in diesem fall hier aber ja das kriegt das ganze auch hin hilft auf jeden fall hier mit den angelstellen so an sich überall wird hier auch die ganzen hier verschiedene fraktionen hier durch na strom hafen sturm spitze ist das in dem fall ja ne kluftspitze so maas kluftspitze ja alica wüste valkoray na ja da zieht das ist ja alles mit drin so wenn natürlich hier wenn man das hier sieht hier sind ja zum beispiel diese fische hier auf englisch aufgelistet ja ist natürlich in deutsch was anderes oder oder generell anders deswegen habe ich auch noch diese seite ja noch mit drin nach das weg so von panic mode mag aber vielleicht auch hier da sind die fische hier auch noch aufgelistet auf deutsch wenn wir so ein bisschen unterscrollt oder als steuerung f für suchen drückt die besuchte jetzt hier und auch ridon die ganzen namen hier dass sie die seltenen die blauen hat wie gesagt und diese hier ungewöhnlich aber hier sieht man das auf deutsch wie die dinge da heißen falls sie das irgendwie mit einer liste oder so hat hier abhacken wollt ja deswegen habe ich ja immer noch die seite ab und zu mal mit dabei gehabt um das hier schlussendlich in den erfolgen hier im spiel wenn ich gleich auch noch mal zeigen wo das dann wäre dementsprechend hier mal zu überprüfen was ich denn jetzt hatte und was nicht aus recht weil ich ja über mehrere tage logisch ausgegangelt habe bei über 120 stunden ja genauso auch wie dann diese seite ja von dem teso greifenhain ist das in dem fall ja kennt man vielleicht hier das ein bisschen länger spielt schon eh so kennt das ganze ding ja hier sieht man die köderarten noch mal ganz am anfang relativ hilfreich hilfreich für sehen natürlich dann innereien von frischen oder hasen beziehungsweise vom bitterfisch salzwasser das ist schon zusätzlichen köder den man dann angelt wenn man hier direkt im meer beziehungsweise ozean angelt hierfür bricht man theoretisch dann würmer von den pflanzen oder zombies beziehungsweise döbel vom trübgewässer her und trüb braucht halt kappler von spinnen beziehungsweise auch zombies oder halt der fischrogen vom fluss was wir gerade eben schon bei dem händler gesehen haben na genau so ein fluss halt insektenstücke wackelkäfer schwetterlänge oder blaubarsch vom see aus was wir hier auffangen kann diese köderart geht natürlich ganz klar auch das hatte ich am anfang immer mit drauf dass ich das hier mal kurz nachgucken könnte für welche art ich denn jetzt welche köder benötige na klar falscher köder ist natürlich hier scheiße weil da habt ihr nur gebrauchten köder bringt euch gar nichts deswegen angelt immer mit den richtigen ködern dann funktioniert das ganze auch so haben wir ja das auf einmal so weit durch hier mit den ganzen drei seiten die hier so immer benutzt habe hier was so das angeln an sich betrifft jetzt gehen wir mal kurz hier zurück zum spiel weil ihr müsst ja dann dafür hier in die options reingehen unter tagebuch oder errungenschaften unter erkunden ganz weit runter zu fischen das ist wirklich ganz unten wie man das hier sieht kargstein habe ich nicht sonst habe ich alle jetzt hier und so weiter und hier sieht man sich ja dass hier die deutschen namen dran stehen also teils wenn was nicht abgejagt ist den fisch benötigt ihr noch und dann halt ist diese andere seite hier wie ja dem gezeigt sehr hilfreich um das nochmal zu vergleichen ja wo waren das doch mal überhaupt ihr aufgehört oder wie auch immer kann helfen ja das war es in dem fall eigentlich auch schon hier mit dem meisterfischer erfolg wie gesagt dauert sehr lange aber machbar auch ein bisschen geduld und wie gesagt stellweise habe ich für einen fisch in paar regionen acht bis neun stunden geangelt nur um einen blauen fisch zum beispiel zu angeln andersweit ich gesehen habe ich auch schon meine region abgeschlossen in komplett vier stunden alle fische geangelt geht auch also ja mal hat man glück mal hat man pech ist halt leider so rng hier also random generated content und so weiter ja ich wünsche auf jeden fall viele erfolg beziehungsweise auch glück beziehungsweise durchhaltevermögen für meisterfischer und ja haut rein wünsche was servus und ciao und